Wird Ihnen präsentiert von DeinMessestand. Angebote für Messebau. Wir sind hier bei der Firma Morat, die ist zuständig für Bohrtechnik oder spezialisiert auf Bohrtechnik. Ich bin hier zusammen mit dem Michael Eckert. Herr Eckert, welche Highlights präsentieren Sie hier auf der Baumarkt? Wir präsentieren die neueste Bohrtechnik aus unserer Produktpalette, integriert mit Injektionstechnik, wie man es hier sieht. Eine neue Injektionsanlage für automatische Injektionen. Und das funktioniert konkret wie? Man hat hier im Prinzip den Aufbau von der Maschine mit einer Mischanlage. Hier wird Zement und Wasser miteinander vermischt. Die Komponente Zement kommt von einem Silo bzw. von Sackware und wird hier eingemischt, gewogen und danach in den Vorratsbehälter abgeführt. Vom Vorratsbehälter aus wird es dann über einen Ablass, über die Pumpe zur Anwendung am Bohrgerät abgepumpt. Und wo wird jetzt so eine automatische Injektionsstation eingesetzt? Ja, zum Beispiel, es gibt die Möglichkeit von vorhandenen Gebäuden, die instabilen oder zu schwachen Fundamente nachzugründen. Das heißt, es werden Selbstbohranker verbohrt und direkt injiziert mit so einer Anlage, um danach die Gebäude praktisch für stärkere Ausweitung von Wohngeschossen und so weiter, für höhere Wohnstöcke nachzugründen. Das heißt, es hilft, Wohnraum zu erhalten und trotzdem oben aufzustocken und eben auch nicht abzureißen, oder? Ja, zu erweitern, im Prinzip ohne, dass man die Grundfläche vergrößert, sondern dass man in die Höhe bauen kann. Toll!